Hi, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir gedacht, es könnte sinnvoll sein, mal ein Video zum Thema Leverage-Effekt zu machen, also zum Thema Hebeleffekt, wie es ja auf Deutsch dementsprechend übersetzt heißt, und wie du diesen Effekt für dein Network-Marketing-Geschäft einsetzt. Ich habe in der Praxis immer zwei Sorten von Teampartnern, die bei uns anfangen. Zum einen diejenigen, die sagen, ich möchte Teamaufbau machen, interessiere mich weniger für Eigenumsatz. Und die Menschen, die sagen, ich möchte Eigenumsatz machen, lass mich mit einem Team in Ruhe, mit anderen Menschen zusammenarbeiten, ist nicht so mein Ding. Und dann werde ich halt häufig gefragt, Mensch, was ist denn jetzt dann eigentlich besser? Ja, soll ich lieber Eigenumsatz machen, soll ich direkt Vertrieb machen, soll ich lieber direkt in den Teamaufbau gehen? Und meine Antwort an beide Parteien ist immer die gleiche, weder noch. Du kannst nur erfolgreich ein Team aufbauen, wenn du den Eigenumsatz beherrschst, ja, weil sonst was willst du deinem Team zeigen, ja, wie es nicht geht? Also das Entscheidende ist, du musst natürlich das, was du tust, erstmal selbst beherrschen. Aber, und jetzt kommt der nächste Punkt, langfristig gesehen, ja, und das sage ich im Prinzip den Leuten, die sagen, ich möchte nur Eigenumsatz machen, ist Teamaufbau natürlich, ja, das Nonplusultra. Und einfach aus dem Grund, weil du den Hebeleffekt nutzt. So, und wenn ich jetzt gerade mal mit jemandem drüber spreche, der Eigenumsatz so absoluten Fokus hat, und dann stelle ich in diesem Gespräch sehr, sehr häufig fest, dass deshalb der Eigenumsatz priorisiert ist, weil viele diesen Hebeleffekt einfach entweder nicht kennen oder noch nie wirklich drüber nachgedacht haben, was das eigentlich bedeutet. Und dieser Leverage-Effekt, also Leverage-Effekt kommt ja, ja, ursprünglich gesehen ist das eigentlich ein Begriff, der sehr häufig im Finanzwesen verwendet wird, zum Beispiel beim Kauf von Immobilien, aber auch, ja, bei Investments. Und der gilt aber im Prinzip beim Network-Marketing genauso. Und deswegen möchte ich mal kurz darauf eingehen, was der Leverage-Effekt, ja, für dich bringt. Aber lass mich vorneweg nochmal kurz vier Punkte zu dem Thema sagen, ja. Egal, für welchen Weg du dich entscheidest, ob du sagst, ich möchte im Direktvertrieb mein Glück finden oder im Teamaufbau oder beides kombiniert, was ich dir empfehlen würde, es ist dein Leben, du musst glücklich sein da damit. Und es gibt in beiden Welten, Eigenumsatz wie auch Teamumsatz oder wie gesagt eigentlich drei Welten, wenn man beides kombiniert nimmt, gibt es Menschen, die überdurchschnittlich verdienen. Allerdings, und das ist auch die Wahrheit, du wirst im Eigenumsatz irgendwann an deine Grenze kommen. Das hat einfach damit zu tun, dass dein Tag nur 24 Stunden hat. Und egal, wie gut du dich organisierst, ob du Leute im Backoffice sitzen hast, die dir Arbeiten abnehmen, ob du, ja, aber dann bist du ja auch schon irgendwo wieder in einem Teamaufbau drin, ja. Also wenn man jetzt einfach mal ganz klassisch nimmt, du stehst morgens auf und machst ganz allein deinen Job, dann wirst du halt einfach irgendwann, ja, an deine Grenzen stoßen. Das heißt, dein Einkommen, ja, auch wenn du theoretisch durch Folgeprovisionen das immer weiter ausbauen kannst, ja, ist es dennoch so, dass du irgendwann an deine Grenzen stoßen wirst, weil eben dein Tag halt nur 24 Stunden hat. Und da kommt im Prinzip der Teamumsatz oder der Teamaufbau, ja, ins Spiel, weil hier hast du die Möglichkeit, dir einen Hebel zu kreieren, ja, der eben dieses Zeit-Geld-Thema aushebelt, ja. Und mir ist ganz wichtig, es geht nicht darum zu sagen, was ist besser. Das eine ist nicht besser wie das andere, sondern die Frage ist, was ist für dich langfristig gesehen sinnvoller, ja. Ja, du musst einfach verstehen, je größer der Hebel ist, also je größer dein Team, ja, desto größer ist dann dementsprechend dein Einkommenspotenzial. Und jetzt kommt der Punkt, egal ob du Zeit investierst oder sagen wir es andersrum, wenn du gleich viel Zeit investierst, ja, dann wird dein Einkommen, je größer dein Team halt eben wird, dementsprechend auch wachsen, auch wenn du keine Zeit zusätzlich mehr investierst. Und das ist im Prinzip das, was den Hebel so attraktiv macht. Und wenn man das einfach mal wirklich komplett, ich sag mal so, sich nüchtern anschaut, ja, so nüchtern betrachtet das Ganze anschaut, dann ist einfach nur die Frage, die du dir beantworten musst, wo möchte ich langfristig lieber sein? Möchte ich lieber die Person sein, die morgens aufsteht und dann ihren, ja, und dann ihren Job dementsprechend machen muss, um ein gewisses Einkommen zu erzielen? Oder möchtest du langfristig gesehen lieber die Person sein, die, egal wie viel Zeit sie einsetzt, trotzdem mehr verdient wie jemand, der zum Beispiel Eigenumsatz macht? Und jetzt kommt häufig die Situation, gerade wenn du mit einem Eigenumsatz, gerade wenn du etwas Neues beginnst, und du bist ein guter Verkäufer zum Beispiel, dann wirst du im Eigenumsatz zu Beginn mit aller Wahrscheinlichkeit mehr verdienen wie jemand, der den Teamweg geht, ja? Weil, klar, du musst die Teampartner rekrutieren, du musst diese einarbeiten. Diese Zeit fehlt dir natürlich, um den gleichen Eigenumsatz machen zu können, wie eine vergleichbare Person, die sich halt nur auf Eigenumsatz konzentriert. Aber langfristig gesehen wird derjenige, der im Teamaufbau investiert, ja, immer besser fahren als derjenige, der sich rein auf seinen Eigenumsatz konzentriert. Aber was du halt brauchst, und das ist mir ganz, ganz wichtig an der Stelle, du benötigst halt Durchhandelvermögen, ja? Umso länger du an dem Teamaufbau arbeitest, umso länger du dran bleibst, ja, umso mehr geht es zurück, ja? Diesen Leverage-Effekt, den kannst du wie mit dem Zinseszinseffekt, den kann man eigentlich so ein bisschen, was das betrifft, miteinander vergleichen. Je länger du bei einer Geldanlage durchhältst, je mehr du investierst, ja, je mehr Zinsen du bekommst, desto mehr wirkt sich es am Ende der Laufzeit dann dementsprechend aus. Nicht zu Beginn, am Ende der Laufzeit. Und so ist es beim Teamaufbau auch. Je länger du dran bleibst, und du solltest aus meiner Sicht ein Leben lang dranbleiben, dir ein Team aufzubauen, und dein Team immer wieder sukzessive zu vergrößern, desto mehr wirst du irgendwann dann auch zurückbekommen, ja? So, also wichtig ist Durchhaltevermögen. Und das ist wie beim Hausbau auch. Wenn du heute ein Haus baust, dann wird jedes Haus auf dem Fundament gebaut, ja? Solange das Fundament nicht steht, wird auch kein Haus draufgesetzt, ja? Weil sonst fällt das Haus einfach nach kurzer Zeit in sich zusammen. Das heißt, wir brauchen also ein stabiles Fundament. Das heißt, du musst eventuell auch länger an diesem Fundament arbeiten, bevor du vielleicht sogar das Gleiche verdienst wie im Eigenumsatz, aber langfristig gesehen, wird sich der Hebel dann für dich auszahlen. Und damit du diesen Leverage-Effekt, damit du diesen Hebel-Effekt komplett verstehst, ja? Oder damit man das sehr einfach verstehen kann, möchte ich dir da zwei Beispiele geben. Zum einen möchte ich es mal weg von Network-Marketing nehmen, nämlich anhand von Immobilien, weil da siehst du sehr, sehr schön, ja? Wie sich der Leverage-Effekt auswirken kann. Und dann gebe ich dir auch noch das Beispiel im Network-Marketing, ja? Also, lass uns das mal anschauen. Der Leverage-Effekt, das ist auch ein wichtiger Punkt, der kann sowohl positiv wie negative Auswirkungen haben. Und das musst du halt im Vorfeld wissen. Wenn wir uns jetzt mal zur Hand von Immobilienbeispiel anschauen und wir nehmen einfach mal an, du möchtest 100.000 Euro investieren, ja? Dann, mal angenommen, du würdest diese 100.000 Euro komplett selbst, du hast die angespart, ja? Und du würdest die komplett investieren, ja? Dann hast du ja keinen Hebel, weil du investierst das Geld ja komplett selbst. So, und jetzt nehmen wir mal an, du vermietest diese Immobilie und bekommst dann 5.000 Euro im Jahr Mieteinnahmen. Dann wäre das ja eine Gesamtrendite von 5%. Ja, also 100.000 Euro hast du eingesetzt, 5.000 kriegst du jedes Jahr zurück, ist eine Rendite von 5%. Du zahlst auch keine Zinsen, weil du hast ja kein Darlehen aufgenommen, ja? Bedeutet, du machst also 5.000 Euro Überschuss Jahr für Jahr. Wenn man jetzt das Ganze, ja, aufs Eigenkapital bezieht, also wie viel Eigenkapital hast du eingesetzt, wie viel Zinsen bekommst du, dann würde die Eigenkapitalrendite in diesem Beispiel eben 5% betragen. Und jetzt schauen wir uns das Beispiel mal mit einem Hebel an, ja? Nehmen wir mal an, du würdest statt 100.000 Euro 600.000 Euro investieren und würdest trotzdem dein Eigenkapital, die 100.000 Euro, einbringen und würdest quasi die Differenz zu den 600.000, also die 500.000 Euro, über die Bank zum Beispiel finanzieren, würdest du dir also sozusagen das Fremdkapital beschaffen. Und jetzt hättest du einfach nur bei jedem Objekt die gleichen Mieteinnahmen, ja? Dann hättest du ja jetzt sechs Immobilien, ja, die dir je 5.000 Euro einbringen. Das heißt, du würdest im Jahr 30.000 Euro Mieteinnahmen. Klar, du hast auch mehr investiert und hast dementsprechend mehr Objekte in deinem Portfolio. Die Gesamtrendite, ja, würde sich jetzt in diesem Fall auch nicht ändern, sind nach wie vor 5%. Jetzt hast du natürlich Fremdkapital aufgenommen, das heißt, du musst ein Darlehen zurückzahlen und die Zahlen kannst du austauschen, ja? Der eine wird sagen, es ist zu viel, zu wenig Zins. Such dir die Zahlen einfach selber raus. Mir geht es darum, dass du den Hebeleffekt hier verstehst. So, und jetzt nehmen wir mal an, du musst 2% Zinsen auf dieses Fremdkapital zahlen, ja? Dann wären das ja 10.000 Euro auf diese 500.000. Bedeutet, Mieteinnahmen 30.000 Euro, Zinsen 10.000 Euro, bedeutet, du hast einen Überschuss, also was in deine Tasche wandert, von 20.000 Euro im Jahr. Bedeutet, aufs Eigenkapital gesehen, weil du hast ja nur selbst 100.000 Euro eingesetzt, eine Eigenkapitalrendite von 20%. Und das ist genau das, was ich mit Hebel meine. Das heißt, du hast also eine Rendite hier auf dein Eigenkapital von 20%, ja? Hast auch 20.000 Euro Überschuss, statt 5.000 Euro Überschuss und 5% Eigenkapitalrendite. So, und das ist jetzt ein positives Beispiel. Das kann aber natürlich auch negativ sein. Und deswegen musst du wissen, wie der Hebeleffekt funktioniert, weil sonst kann es natürlich auch nach hinten losgehen, der Schuss, ja? Schauen wir uns das Ganze nochmal ohne Hebel an. Also du hast klassisches Investment, kaufst die Wohnung für 100.000 und, ja, machst dann dementsprechend die 100.000 Euro, bringst du mit dein Eigenkapital. Jetzt hast du aber nur 1.000 Euro Mieteinnahmen, wäre eine Gesamtrendite von 1%, Zinsen zahlst du keine, hast 1.000 Euro Überschuss. Das heißt, du hast eine Eigenkapitalrendite von 1%. So, schauen wir uns das Ganze mal jetzt an, wenn der Hebel negativ wirkt. Auch hier, du hast 600.000 Euro Gesamtinvestment. Das Eigenkapital sind 100.000, die du nach wie vor mit einbringst. Du nimmst also 500.000 von der Bank auf. Hast dementsprechend 6 Objekte mit je 1.000 Euro Mieteinnahmen. Macht also 6.000 Euro Mieteinnahmen. Wäre also nach wie vor die Gesamtrendite von 1%. Jetzt zahlst du nach wie vor die Zinsen, diese 2%, bedeutet 10.000 Euro Zinsenzahlungen. 6.000 Euro Mieteinnahmen minus 10.000 Euro Zinsen, die du aufwenden musst, sind ein Fehlbetrag von 4.000 Euro. Das heißt, du machst also 4.000 Euro Minus im Jahr. Und das bedeutet dann dementsprechend eine Eigenkapitalrendite auf dein Eigenkapital auf die 100.000 Euro von minus 4%. Also, du siehst, der Hebel kann sowohl positiv sein für dich, er kann aber auch negativ wirken. Ein Hebel ist immer nur dafür da, etwas zu vergrößern. Ja, und das ist das, was wir im Prinzip im Network Marketing uns zunutze machen können, wenn wir es richtig machen. Ja, und deswegen schauen wir uns mal noch ein Beispiel im Network Marketing an, hier mit Hebel und ohne Hebel. Ja, also ohne Hebel wäre jetzt dann der klassische Eigenumsatz, ja, also der klassische Direktvertrieb. Das heißt, angenommen, du verkaufst ein Produkt, das kostet 200 Euro, dann hast du eine Provisions, nehmen wir mal an, du kriegst eine Provisionshöhe von 50%, die anderen 50% behält das Unternehmen ein, dann wäre deine Provision pro Verkauf 100 Euro richtig. So, und jetzt nehmen wir an, du hast null Teampartner, ja, und hast dementsprechend auch keine Umsatzbeteiligung. Jetzt nehmen wir einfach mal an, du machst 100 Verkäufe, egal jetzt mal in welchem Zeitraum. Und für diese 100 Verkäufe, ja, die du, egal in welchem Zeitraum tätigst, musst du 200 Stunden, ja, investieren. Und also zwei Stunden pro Verkauf. Dann würdest du, wenn wir jetzt diese Kennzahlen haben, oder diese Größen, dann würdest du ja jetzt hier bei 100 Verkäufen und 100 Euro Provision, würdest du 10.000 Euro verdienen. Wäre pro Stunde, also wenn wir es jetzt mal auf die Stunde umrechnen würden, 50 Euro. Ja, das heißt, für jede Stunde, die du einsetzt, verdienst du 50 Euro. Und jetzt schauen wir uns das gleiche mal mit Team an, ja, also quasi mit Hebel. So, auch hier haben wir wieder den Produktpreis, 200 Euro. Auch hier nehmen wir wieder die Anzahl Verkäufe im Eigenumsatz. Da ändert sich nichts dran, nach wie vor die 100. Du wendest nach wie vor 200 Stunden insgesamt auf, für Teamaufbau, für Verkauf, etc. Ja, also wir machen es jetzt einfach mal vergleichbar. Und du hättest eine Provisionshöhe dann dementsprechend von 50 Prozent. Ja, also die 100 Euro, da ändert sich nichts dran. Und jetzt nehmen wir mal an, du hast 10 Teampartner dazu bekommen. Und jetzt kriegst du eine Umsatzbeteiligung auf die Umsätze von deinem Team von 25 Euro. Jetzt könnten das natürlich auch auf verschiedenen Ebenen, verschiedene Umsatzbeteiligungen sein. Ich will es jetzt einfach nur vereinfachen, ja, machen wir einfach mal pauschal. Du hast 10 direkte Partner, auf die kriegst du 25 Prozent. Ja, also das wären dann quasi 25 Euro. So, und jetzt nehmen wir einfach mal an, du hast, deine Teampartner machen genau das gleiche wie du. Das heißt 100 Vertriebspartner, ja. So, also 100 Verkäufe je Vertriebspartner, so ist es richtig. So, das heißt in deinem Team entstehen insgesamt 10 mal die 100 Verkäufe, ja. Werden dann 1000 Verkäufe aus deinem Team. Bedeutet, du hast also nach wie vor den Verdienst im Eigenumsatz, ja. Diese 100 Sales aus dem Eigenumsatz und würdest 25.000 Euro an den Verkäufe deines Teams verdienen. Selbst wenn du jetzt keinen Eigenumsatz machen würdest und würdest nur die 200 Stunden in Teamaufbau investieren, hättest du trotzdem 25.000 Euro verdient statt 10.000 Euro. Wenn du beides machst, hast du 35.000 Euro verdient, ja. Also Eigenumsatz, die 10.000 plus die 25.000 aus deinem Team wären 35.000 Euro. Und das macht auf die 200 Stunden Einsatz, ja, 175 Euro, ja. Bedeutet, das ist also ein Faktor von 3,5. Das heißt, bei gleichem Zeitaufwand hast du das 3,5-fache an Verdienst. Und das ist eben das Schöne, wenn du den Hebeleffekt für dich verstanden hast. Und dann, spätestens wenn ich mit den Partnern das bespreche, dann sagen mir die meisten, also Eigenumsatz mache ich, weil ich am Anfang natürlich auch meine Fixkosten decken muss, aber langfristig gesehen will ich selbstverständlich ein Team aufbauen, ja. Und das ist eben das, es geht nicht darum, ob gut oder schlecht, beides hat seine Berechtigung. Du kannst dich für beides entscheiden. Du kannst dich aber auch entscheiden, beides zu tun. Bleibt komplett dir überlassen, ist weder gut noch schlecht. Entscheidend ist einfach, dass du für dich die Entscheidung triffst, was möchtest du. Weil der Vorteil ist natürlich, wenn du mit dem Hebeleffekt arbeitest, ja, dass du zum einen natürlich mehr Einkommen generieren kannst, weil du hast keine Begrenzung des Einkommens, weil es ist dir ja völlig freigestellt, wie groß dein Team wird. Kommt natürlich auch immer ein bisschen auf den Vergütungsplan drauf an. In meinem Unternehmen gibt es da keine Deckelung und von daher kannst du so viel verdienen, wie auch immer du möchtest. Und je mehr Partner du hast, und das ist ein riesiger Vorteil, auch gegenüber dem Direktvertrieb, natürlich im Direktvertrieb bist du allein für dich verantwortlich, dementsprechend kannst du natürlich auch, oder hängt im Prinzip dein Verdienst natürlich von deiner Leistung ab. Aber was ist, wenn du mal nicht leistungsfähig bist, weil du vielleicht krank bist, etc.? Ja, dann fällt deine Arbeitskraft komplett weg. Und beim Teamaufbau ist es natürlich so, je mehr Partner du hast, desto weniger wichtig wird deine eigene Leistung, aber auch die Leistung jeden Einzelnen im Team. Das heißt, dein Einkommen wird stabiler und stabiler und stabiler mit jedem Teampartner, der dazukommt, der auch produziert. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte und so kannst du eben dein Einkommen Step by Step nach oben skalieren, indem du dich darauf fokussierst, deine Partner immer besser zu machen. Du hast eben, wie schon angesprochen, Einkommen bei Urlaub, Freizeit, Krankheit, egal was passiert, dein Einkommen läuft ja dementsprechend weiter. Und das ist für mich so das Allerwichtigste. Geld ist das eine Thema, aber viel Geld und wenig Zeit bringt dir genauso wenig wie viel Zeit und wenig Geld. Also beides muss halt passen. Du tauschst keine Zeit gegen Geld mehr, weil du kannst eben diese 175 Euro pro Stunde oder die 50 Euro pro Stunde, wo auch immer du anfängst zu Beginn, kannst du Schritt für Schritt nach oben steigern, sodass dein Verdienst pro Stunde immer höher und höher wird, ohne dass du mehr Zeit einsetzen musst. Und last but not least ergibt das halt dann eben dann das Leben, so wie du es willst. Du kannst also den Lifestyle dann so leben, wie du ihn haben möchtest. Und das war mir einfach jetzt mal wichtig, in Form von einem Video einfach auch mal festzuhalten. Und ich hoffe natürlich, wie immer, dass das Video dir weitergeholfen hat. Wenn du dich mit mir verletzen willst, dann gehe einfach auf oliverschirmer.de slash info. Dort findest du auch die Informationen zu meinem Geschäft. Ja, du kannst dort alle weiteren Informationen finden, die ja die kostenlos anfordern. Du kannst dich mit mir vernetzen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn dir das Video gefallen hat, wenn dir das Video weitergeholfen hat. Dann würde ich mich freuen, wenn du ja, der Unterhalt des Videos dann dementsprechend dauernd hoch da lässt. Ja, das Video mit deinem Netzwerk teilst. Man weiß nie, für wen das Ganze interessant ist. Und abonniere natürlich den Kanal, drück die kleine Glocke dann dazu, damit du immer wieder benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video an den Start geht. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg. Alles Gute und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao.